Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und auf Ulla 2, Folge 36. Dieses Nordsberger Mädel hat etwas an sich. Einiges sogar. Versucht nicht. Ja, cool. 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 Ah, cool. Ja, cool. Ich bin sowieso viel zu schön für diesen Ort. Verstärkung! Verstärkung! Los, vorwärts! Das ist besser als die Arena. Mir ist egal, wie viel Blut ihr vergießen müsst. Holt mich einfach nur hier raus. Bringt mir seinen Kopf und die Köpfe dieser kleinen Dinge. Bleibt zurück, bleibt zurück. Ich habe... Sperre! Na, 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 na... Das war's für heute. Alle! Hier will ich alle! Alle! Hier ist doch Teilnehmend! Zerstören! Auch hier! Oh! Ah, ja! Oh, ja! Ah, ja! Ja, cool. 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.